hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo wir spielen spirit island ein spiel für ein bis vier spieler von eric royce und vertrieben wird das ganze in hinsichtlich der deutschen version vom pegasus spiele verlag und dann gucken wir uns heute mal die regeln im detail an auch über die nächsten folgen stecken man einer folge wärmer das ganze nicht abgehandelt haben weil das spiel doch recht komplexes recht großzügig ausgestattet auch mit den komponenten werden wir alles gleich kennenlernen und dann wünsche ich natürlich viel spaß dabei liebe brettspielfreunde dann starten wir heute mit spirit island das erste was wir machen müssen bevor wir überhaupt mit dem setup anfangen ist uns entscheiden wie wollen wir das spiel denn gestalten es gibt verschiedene möglichkeiten spirit island zu modifizieren schwieriger zu machen ehrlich gesagt das spiel an sich ist schon richtig knackig werden es nachher im playthrough kennenlernen die optionen die man hat das tiefgründige nachdenken der einzelnen fähigkeiten das kombinieren miteinander ist sehr sehr herausforderung deswegen werde ich es mir für diese plädtoreihe nicht unnötige schwerer machen weil ich denke mal ich werde es eh schon schwierigkeiten haben das spiel zu gewinnen ich hoffe natürlich dass ich es schaffen werde aber seht mir nach wenn das ganze gegeben falls in die hose geht spirit island kann man ganz normal als standard spiel machen das werden wir auch tun weil es gibt noch diverse möglichkeiten das spiel anders zu gestalten es gibt diverse szenarien die man wählen kann dann wird hinsichtlich des setup und der regeln etwas modifiziert und meistens so modifiziert dass es schwieriger wird also noch herausfordernder und gegebenenfalls auch die komplette spielstruktur etwas verändert wird sollte man erst dann machen wenn man wirklich mit dem spiel sehr gut vertraut ist um dann auch diese regeländerung mit einfließen zu lassen das heißt diese szenarien im basis spiel gibt es da vier stück kann man spielen muss man aber nicht die nächste option die gewählt werden kann ist die nation des gegners im grunde ist das spiel so aufgebaut dass wir auf einer insel sind und wir sind geister auf einer insel meist natur belassene geister irgendwas mit den elementen versehen und wir wollen diese natur belassene insel natürlich vor eindringlingen schützen und die kolonialmächte die sind halt auf dem vormarsch haben unsere insel entdeckt und wollen dort fuß fassen und ihre siedlungen aufbauen uns gefällt das ganze natürlich nicht wir wollen sie vertreiben wir sind als geister nicht tatsächlich physisch präsent aber spirituell und auf der insel sind auch eingeborene die sogenannten dahan und auch die können wir mit unseren spirituellen fähigkeiten natürlich beeinflussen dass sie für uns kämpfen für das land kämpfen und für versuchen natürlich diese invasion invasoren zu vertreiben man muss keine nation wählen ich werde es auch nicht tun denn wenn man eine nation wählt dann wird auch das spiel wieder jedenfalls schwieriger je nachdem was man für eine nation wird gibt es dann gegebenenfalls effekte die dann permanent auf das spiel wirken und man kann den schwierigkeitsgrad sogar noch innerhalb der nationen sehr stark erhöhen um diese regeln noch komplexer noch tiefgründiger und das spiel im gänse noch schwieriger zu machen natürlich wenn man einen höheren schwierigkeitsgrad hat dann wird man am ende mehr punkte kriegen weil am ende gibt es eine abrechnung so dass man sich selber einen kleinen highscore setzen kann wie gut war man in dem spiel wie viele punkte hat man ergattert und natürlich je höher der schwierigkeitsgrad desto mehr punkte kann man auch kriegen aber die chance zu verlieren ist natürlich viel viel höher und aus diesem grund werde ich auch keine nationen wählen ich werde nachher im spiel geschehen mal kurz darauf zurückkommen was passieren würde wenn man eine nation wählt weil bestimmte effekte immer ausgeführt werden wenn irgendwas im spiel passiert aber jetzt hier für diesen regelplädoy würde ich einfach mal auf diese zusatz komponenten verzichten übrigens die nation könnt ihr auch in kombination mit den szenarien spielen die wir ja gerade eben gab dann diese vier stück auch da könnte die invasoren natürlich einer nation zuordnen um das ganze noch schwieriger zu machen okay also das ganze jetzt ohne nationen nachdem wir nun entschieden haben ohne nation zu spielen und auch kein szenario sondern das spiel im standard mode so wie es halt geschaffen worden ist fangen wir an mit dem ersten aufbauschritt und das ist das invasoren tableau vorzubereiten als erstes bauen wir hier oben drauf die furcht die wir erzeugen können bzw die uns zur verfügung steht im grunde ist das spiel so konzipiert dass wir furcht generieren müssen und je mehr furcht wir schaffen bei den invasoren hervorzurufen desto positiver für uns denn dadurch werden wir bestimmte furcht karten bekommen wir haben alles nach am spiel natürlich dann kennenlernen und diese furcht karten haben natürlich immer einen positiven effekt für uns und das werden wir auch brauchen weil die invasoren natürlich mit der zeit auch stärker werden und dann müssen wir schon ein bisschen kompensieren sonst wird das ganze ausweglos hinsichtlich des vorrats wir benötigen für jeden geist der an diesem spiel dran teilnimmt vier vorsturken das sind hier diese kleinen netten teile und da ich vorhabe dieses regel petro mit zwei geistern zu spielen brauchen wir natürlich insgesamt acht vorsturken habe ich diese also hier oben platziert und jedes mal wenn wir vorst erzeugen wandern zu einem token oder mehrere je nachdem hier rein in diesem vorrat für erzeugte vorstehen wenn wir es geschafft haben alle vorsturken sie herein zu machen dann bekommen wir eine furcht karte ich sag nachher alles im bledroh dann direkt gezeigt was gegebenenfalls einen positiven effekt für uns hat für die anzahl der geister habe ich deswegen zwei gewählt weil man ganz einfach verschiedene fähigkeiten man miteinander kombinieren kann man kann das ganze auch mit nur einem geist spiel also richtiger solo modus ist auf alle fälle hier in dem spiel da so dass wir auch nur mit einem geist einem spieler tableau das ganze bestreiten können und bis zu vier ist möglich dann wird es aber schon richtig kernig weil man dann miteinander ganz stark agieren muss und bevor ich hier mein hirn total zermattern werde werde ich es ganz leicht für mich machen mit zwei geister dass allein das wird schon für mich herausfordernd sein dieses invasoren tableau ist gleichzeitig auch unsere information wann gewinnen wir wann verlieren wir fangen wir mal mit der oberen reihe an wir haben hier oben rechts vor stufe 1 und da seht ihr hier so kleine symbole das bedeutet nichts anderes wenn wir alle invasoren das heißt diese entdecker die dörfer und die städte ausgeschaltet haben von unserer insel dann haben wir gewonnen das ist also unsere jetzige siegbedingung die verändert sich im spiel natürlich noch wie das ganze funktioniert werde ich euch gleich erklären wir brauchen nämlich jetzt den karten an forsch karte wir haben hier oben links auch noch mal hier steht forsch stapel drauf eine siegbedingung sobald diese diese untergrund zum vorschein kommt dann haben wir auch gewonnen hier werden dann gleich die forsch karten drauf platziert werden und das heißt wenn wir halt es geschafft haben den ganzen stapel von hier runter zu arbeiten dann haben wir auch gewonnen auch diese siegbedingung ist möglich ist natürlich relativ schwierig in dem standard spielt ist es so dass neun forsch karten hier drauf sind und jedes mal wir hatten es ja vor uns erwähnt wenn wir jetzt hier acht tokens drin haben von diesen forscht sachen dürfen wir eine karte runternehmen können jetzt also ausrechnen acht mal neun ist eine ganze menge an forsch tokens die wir benötigen um diesen ganzen stapel runter zu arbeiten präparieren wir noch den forsch kartenstabe in dem finner alles erstmal schön mischen und dann benötigen wir neun karten und die aufgeteilt in dreier schritten das heißt hier drei noch mal drei und noch mal drei das sind jetzt diese karten die anderen können aus dem spiel die werden nicht mehr benötigt und dann habt ihr im spiel solche trenner für diese fortstufen und die sehen so ähnlich aus wie die siegbedingungen hier auf der rechten seite und das ist genau auch das was wichtig ist denn wir werden uns dann von oben nach unten durch diese forscht sachen durcharbeiten hinsichtlich der karten und immer wenn so ein trenner zum vorschein kommt dann wandert dieser hier hinüber und verändert die siegbedingungen wenn wir in forsch stufe 3 sind dann reicht zum beispiel wenn es keine städte mehr gibt alleine dann hätten wir gewonnen dann müssen wir uns nicht wie am anfang mehr mit den invasoren entdeckern und den dörfern rumschlagen daher wären die siegbedingungen für uns natürlich im laufe des spiels etwas leichter aber auch das wird dennoch kernig sein wir nehmen also jetzt hier drei karten legen einmal diese fortstufe drauf und platzieren das ganze hier oben drauf nehmen wir den nächsten trainer auch dieser wird dann hier rüber wandern das wird der erste trainer sein den wir erreichen und da seht ihr der entdecker fehlt hier das heißt hier wird es ausreichend wenn wir es geschafft haben diesen hier rüber zu platzieren keine dörfer mehr keine städte mehr auf der insel auch dann hätten wir gewonnen nehmen wir die nächsten drei karten legen diese unten drunter und dann haben wir diesen stahl vorbereitet und dann bleiben noch drei karten übrig das werden unsere ersten drei forsch karten sein die wir versuchen dann ja gegen die invasoren auszuspielen die obendrauf das heißt drei dann wären die siegbedingungen vielleicht erleichtert wieder drei dann werden sie noch mal leichter wenn wir es dann schaffen die letzten drei von diesem stapel runde zu arbeiten dann haben wir automatisch gewonnen haben wir ganz viel über siegbedingungen gesprochen also wann wir gewinnen wann verlieren wir doch das ist ja eine schwierige sache weil man kann relativ schnell verlieren und zwar wenn unser land mit ödnis übersägt ist sie werden im spiel nachher kennenlernen wenn invasoren angreifen wenn die irgendwas machen dann kann unser land ödnis bekommen die breitet sich relativ schnell aus wenn halt aktionen durchgeführt werden wo schon ödnis vorhanden ist um deswegen werden wir hier mit einem leichteren schwierigkeitsgrad hier für diesen play to starten ihr könnt euch das ganze natürlich auch noch schwieriger machen erkläre ich euch erstmal dass im standard oder im leichten modus im einsteiger modus ist es so dass ihr hier ödnis das sind diese kleinen grauen tokens hier drauf platziert das soll als ödnis darstellen hier drauf platziert und zwar fünf stück je geist die hier dran teilnehmen das heißt somit da wir mit zwei geistern spielen zehn ödnismarker habe ich diese jetzt hier drauf platziert wir verlieren das spiel wenn ich hier in diesem bereich kein ödnismarker mehr ist sobald das spiel uns auffordert dass wir ödnis auf das spiel tableau bringen müssen müssen wir es von hier weg nehmen und hier steht halt drauf wenn ihr keins mehr drauf ist dann hätten wir automatisch verloren kommt irgendwann ödnis wieder zurück vom spiel auch das ist grundsätzlich möglich unsere fähigkeiten gestatten uns dies das teilweise dann kommt ödnis aber auch hier wieder zurück so dass wir uns auch wieder einen puffer erarbeiten können wenn wir die entsprechenden fähigkeiten haben wem das mit dieser ödnis hier zu leicht ist der kann auch die blühenden inselkarten ins spiel bringen die ersetzen quasi den effekt der hier drauf steht ihr fangt mit der grünen seite an es gibt zwei karten davon könnt ihr zufällig auswählen nehmt einfach eine davon die euch spaß macht oder wie gesagt wählt sie zufällig auch hier kommt wieder ödnis drauf ist diese ödnis komplett runter gearbeitet dreht ihr die karte um und dann habt ihr einen negativen effekt drauf der euch den rest des spiels begleitet auch dann bekommt ihr erstmal wieder neue ödnis frische ödnis drauf so dass sie nicht gleich verliert wenn ihr diese geringere anzahl runter arbeitet aber der negative effekt hier drauf ist schon relativ schmerzlich und das sollte nur für erfahrene spieler angewendet werden des weiteren ist zu beachten wenn ihr einmal diese seite umgedreht habt kommt ihr nicht mehr zurück dann müsst ihr mit dem effekt leben ihr könnt also keinerlei ödnis wieder wegnehmen und dann irgendwo oder wieder zurückbringen auf die karte in der hoffnung dass ihr die karte wieder zurück drehen können das geht nicht mehr also es ist schon wichtig die karte so lange wie möglich so im spiel zu halten bevor ihr diese umdrehen müsst aber wie gesagt für erfahrene spieler deswegen werde ich für diesen playthrough diese karten mal nicht benutzen und das ganze im standard modus spielen als nächstes bereiten wir unsere invasoren vor die gibt es in drei schwierigkeitsgraden und da wird jetzt ein deck aufgebaut von leicht nach schwierig wir haben hier bei der stufe drei insgesamt sechs karten es wird von jedem tier also von jeder stufe immer eine karte zufällig rausgenommen die wollen wir nicht im spiel haben die geht aus dem spiel raus und haben wir jetzt hier die dreier legen wir hier auf diesem stapel drauf dasselbe machen wir jetzt hier mit der zweite haben wir eine weniger sind nur fünf das heißt vier bleiben im spiel eine geht also raus und dann hier oben drauf und dann haben wir hier auch noch die einer sind nur vier karten auch da wieder eine zufällig weg und dann platzieren wir hier diesen entdecker stapel zweite niederlagebedingung ist wenn ihr irgendwann mal hier eine karte aufdecken müsst und habt keine karte mehr am stapel dann habt ihr auch automatisch das spiel verloren das ist also quasi so ein bisschen eure zeit die euch zur verfügung bleibt um euer ziel zu erfüllen die invasoren quasi von der insel zu vertreiben ob nun über diesen effekt oder über diesen effekt das liegt ganz an euch dann sind wir erst mal fertig mit diesem invasoren tableau letzte niederlagebedingungen kurz noch erwähnt kommen wir aber noch scheinlich nachher im spiel noch mal öfters darauf zu sprechen ist wenn ein geist vernichtet worden ist egal mit wie viel geister spielt ob eins oder halt mit vier geistern wenn nur ein geist nicht mehr vorhanden ist habt ihr das komplette spiel verloren und ein geist ist dann vernichtet wenn er keine spirituellen präsenzen mehr auf dem spielfeld hat das vollkommen egal was er auf seinem charakter tableau hat ihr müsst auf der insel die präsenzen haben und sind dort keine mehr vorhanden habt ihr verloren also müsst ihr genau darauf achten immer genug präsenzen zur verfügung zu haben und diese natürlich auch zu schützen wie das ganze funktioniert das werden wir natürlich alles dann im play to kennenlernen kommen wir zum nächsten aufbauschritt die insel wir haben vier inselteile für jeden spieler ein das heißt wenn man vier geister spielt müsste mit einem vier inselteilen spielen wir wollen ja nur zwei geister haben das heißt ich wähle mir jetzt hier zufällig einfach eins ausnehmen einmal das hier und dann nehmen wir noch das hier auch da habt ihr wieder ein bisschen variabilität wenn ihr mit mehreren geistern spielt dass die insel hat immer wieder anders aufgebaut ist dann haben wir diese insel in zwei verschiedenen teilen beziehungsweise layouts diese seite ist etwas thematischer natürlich man sieht hat die richtigen insel sachen es ist ein bisschen was für kenner die das sofort visualisieren können auch die terrain sind ein bisschen anders strukturiert wie auf der rückseite so auch das sollte man erst dann anwenden wenn man ein bisschen erfahrener ist mit dem spiel ansonsten werden wir es jetzt ganz normal mit der auch für mich hier über die kamera optischeren besseren variante zu nehmen dass wir jetzt hier diese zwei teile nehmen diese zusammenstecken und dann anfangen dieses aufzubauen beim aufbau der teile müsst ihr darauf achten dass wenn ihr mit zwei geistern spielt der ozean also dieses blaue bereich entgegengesetzt ist dass es also nicht so rum dann zusammensteckt das heißt wie so ein puzzel setzt ihr das ganze zusammen hinsichtlich des designers ein kleiner hinweis vielleicht weiß es der andere vielleicht aber auch nicht und zwar es ist ein unterschied ob ihr gegebenenfalls sieht ja hier die ausrichtung von den zahlen das ist die untere kante weil die zahlen ja in diese richtung geschrieben sind und das ist die untere kante weil die zahlen in diese richtung geschrieben wird legt die unterkante an unterkante habt ihr es etwas leichter als wenn ihr das ganze so rum spielt mit oberkante an oberkante fragt mich nicht warum das so ist die spieldesigner haben es in bord gehen gibt ein bisschen darüber mitgeteilt dass wer es etwas zu schwierig empfindet sollte das ganze mal auf diese weise zusammensetzen weil dadurch das spiel an sich wohl leichter werden soll ich probiere es ganz einfach mal aus ich muss es mir nicht schwieriger machen aber eine begründung habe ich leider dafür nicht so tiefgründig in die taktiken konnte ich mich dann doch nicht hinein versetzen als nächstes bestücken wir diese einzelnen insel spielteile mal gucken ob ich das ein bisschen in die kamera besser eingefangen kriege ich glaube so ist ganz gut dann sieht man das hier komplett jetzt mal eins näher ran und dann bauen wir das ganze mal auf was hier alles drauf gebaut werden muss ihr seht hier bei den zahlen diverse symbole hier so ein kleines pilz symbol hier haben wir eine stadt und dann haben wir hier noch ein kleines dorf und hier noch dieses ödnis symbol und diese sachen platziert ihr einfach so drauf wie sie angegeben worden sind das heißt das dorf hier hin die stadt kommt hier hin und dann kommen diese kleinen eingeborenen hütten diese dahans auch diese werden hier mit auf dem feld platziert die sind für uns ganz ganz wichtig weil das sind die krieger die in unserem namen ein bisschen kämpfen und versuchen dann auch die invasoren vom spielfeld zu vertreiben haben wir also jetzt die erste inselhälfte präpariert übrigens die ödnis kommt nicht vom invasoren tableau die kommt noch aus der spielschachtel kommt also noch on top dazu also nicht gleich die ersten ödnis gleich vom tableau wegnehmen dann wird es natürlich dann noch schwieriger wenn ihr dies tut dann mache ich das gleiche noch für die zweite insel helfen dann gucken wir uns das mal an wie das in gänze aussieht sieht unsere insel komplett so aus wir haben hier den ozean der läuft hier so lang an diesen küsten hier könnten invasoren landen an den steilküsten nicht das nur zur information dass also wasser noch die möglichkeit besteht dass da invasoren ankommen können bei den anderen sachen ist man da sicher jedes spiel insel teil ist für einen geist für die startposition das heißt sie werden gleich unsere geister wählen und da wird jeder geist sein eigenes startgebiet haben nachher im spiel ist es vollkommen egal wo ihr euch dann aufhalten wo ihr aktionen macht das ist dann alles einheitlich aber für den spielaufbau wichtig dass jeder geist jetzt eins von seinen inselteilen wählt und dort dann seine geist erscheinen lässt seine präsenz erscheinen lassen zur aufbau hier noch hier sind diese dörfer jedes teil hat ein dorf hat eine stadt und eine ödnis dörfer erkennt ihr immer in diesen kleinen zwei häusern und die städte haben so etwas größer drei häuser auch das ist gleich bedeutet mit den schadens punkten unter den lebens punkten die die einzelnen gebäude haben wir dann im spiel auf alle fälle noch kennenlernen auch unsere verbündeten die daheim sind dabei auf jeden insel teil genug erst mal vorhandene da hoffe ich natürlich dass uns noch mehr anschließen werden dass wir sie gut einsetzen können aber das können wir nur beeinflussen mit unseren geistern und diese wählen wir jetzt aus das basis spiel von spirit island kommt mit acht geister das ist viel wer die kickstarter version hat noch mehr geister aber stecken wir alleine wenn man diese acht durch hat dann hat man schon richtig viel spielpraxis so dass man dann auch noch die szenarien und auch die nationen mit einfließen lassen kann dann vielleicht auch guckt welchen geist nutzt man vielleicht für welches szenario für welche invasion typ um dort vielleicht die ein oder anderen vorteile genießen zu können wir müssen uns jetzt zwei geister aussuchen im grunde nach habt ihr das getan hinsichtlich des unboxing videos hatte ich ja mal die frage gestellt gab mit welchen geistern könntet ihr mir so vorschlagen was könnte ich spielen und da wurde am meisten genannt einmal hier der sonnengenäherte fluss den wir nehmen sollen und der pfeilschnelle blitzschlag ok diese beiden geister gucken wir uns jetzt mal genau an was sie können wie sie konzipiert sind und dann werden sie im playthrough natürlich eingesetzt werden die anderen geister die wir nicht angewendet haben gehen jetzt aus dem spiel sie werden keine relevanz mehr haben die meisten flüsse auf der insel führen wie üblich nur in der regenzeit reichlich wasser mit einer ausnahme hoch in den bergen hält ein uralter fluch einen gipfel von eis bedeckt bis die starke sonneneinstrahlung der trockenzeit einen einzelnen fluss mit übermäßigem schmelzwasser nähert sonnengenäherter fluss ist ein geist der reißenden wasser überschwemmungen und fruchtbarkeit zu ungewöhnlichen zeiten er versteht sich gut mit den dahern die seine ufer bebauen sie ernten die früchte einer guten ernte und kümmern sich um die gesundheit des flusses in trockenen zeiten dies ist also die hintergrundgeschichte zum sonnengenäherten fluss das ist die rückseite des tableaus und hier wie gesagt die story die ich euch gerade vorgelesen habe wir haben ein paar spielvorbereitungen die wir noch machen müssen wenn wir jetzt den geist ins spiel bringen hier ein paar informationen zum spielstil also je nachdem wie ihr das gerne möchte habt ihr eine kleine vorinformation wie sich dieser geist spielt und natürlich auch von der komplexität er ist jetzt nicht so komplex wie manch andere geister denke ich mal für das kennenlernen spiel als play to auf alle fälle geeignet dieser geister muss man nicht gleich in die tiefe taktik hinein steigen und hoffen dass man es vielleicht dann trotzdem auch noch gewinnt dann haben wir und noch eine zusammenfassung der fähigkeiten er ist sehr stark in angriff und bewegung klar sein fluss ein mächtiger kann viel zerstörung bringen ist sehr schnell hinsichtlich der bewegung dafür ist er halt nicht so furchterregend das heißt also die invasoren werden sich von wasser nicht unbedingt da beeinflussen lassen auch mit wasser kann man schwer verteidigen auch das sollte gegebenenfalls dann auch mal eine rolle spielen verteidigung ist immer das wenn es um ödnis geht um diese ödnis vom feld wegzukriegen da ist unser fluss halt nicht so ganz prädestiniert von das heißt wir müssen uns eigentlich verhindern dass ödnis überhaupt aufs spielfeld kommt und sonstiges ja da ist alles so gemeint das ist also eine mischung aus allen fähigkeiten die er sonst noch hat führen wir noch schnell die spiel vorbereitungen durch das steht da platziere 1 und dieses runde symbol ist immer gemeint eine präsenz das sind hier diese kleinen scheiben für den sonnen genäherten fluss habe ich jetzt passend die blauen genommen das heißt ich soll jetzt eine von dieser präsenz auf das start spielplan teil was ich mir gleich wähle legen und zwar auf den sumpf das ist dieses hellblaue feld mit der höchsten zahl für unseren sonnen genäherten fluss würde ich das südliche teil nehmen als sein start spiel teil und da ist die höchste zahl mit dem sumpfgebiet wir haben ja zwei sumpfgebiete einmal eine fünf und einmal eine zwei heißt eine präsenz ist jetzt hier hier ist unser geist mit seiner spirituellen kraft da hat aber auch nur eins von diesen tokens drauf das heißt wenn alleine schon das eine verschwindet dann ist der geist schon besiegt das heißt wir müssen versuchen so schnell wie möglich den fluss aufzuwecken und seine kraft herauszubringen um noch mehr präsenzen zu generieren als nächstes ist unser blitzschlag dran mal sehen was er so alles kann vor vielen jahren tanzten feilschneller blitzschlag kind eines vorbeiziehenden sturmgeistes aus der reihe landete am strand der insel und sie gefiel ihm so gut dass er blieb er verbringte die meiste zeit ruhen bis ein starker wind ihn weckt und er durch den himmel tanzt er beachtet die dahe nur wenig und wenn dann um aus dem nichts aufzutauchen und sie auf seltsame bodengänge zu schicken die dahein kooperieren teils aus respekt gegenüber seiner macht aber auch stimme des donner blitzschlags kind zuliebe einer beschützerin und verbündete ihres volkes feilschneller blitzschlag ist eher ein offensiver geist ihr seht das hier unten auch einmal zusammenfassung der fähigkeiten angriff ganz viel bewegung mäßig furcht auch hier nicht ganz zu verachten wir brauchen auch ein geist ja ein bisschen bei den invasoren furcht erzeugen deswegen denke ich mal falsch schneller blitzschlag keine so schlechte variante und verteidigung eher eher mäßig hinsichtlich der spielvorbereitungen er bekommt zwei von diesen präsenz token und die zusammen auf einem feld seines startinselteils gehen wir mal kurz rüber wo wir das platzieren müssen wir sollen diese zwei präsenzen auf einem wüsten teil legen und zwar das mit der höchsten zahl wir haben ja die seite gewählt für unseren fluss das heißt das wird unser blitzschlagteil sein wie gesagt ist nur für die startauswahl ansonsten können wir uns dann überall hinaus breiten dieses terrain ist die wüste müssen das mit der höchsten zahl nehmen das wäre hier die sieben weil wir dort die vier haben legen wir also diese beiden präsenzen hier hinein und wenn wir zwei präsenzen zusammen auf einem feld legen wird daraus automatisch eine heilige städte das hat teilweise auswirkung auf die einzelnen fähigkeiten manche fähigkeiten benötigen als voraussetzung eine heilige städte um sie spielen zu können deswegen diese zwei so übereinander gestapelt heißt im gegensatz zu unserem fluss haben wir zwar auch nur ein territorium aber wenigstens schon mal eine heilige städte der nächste aufbau schritt ist dass ihr eure geister tablos umdreht als die andere seite war ja die geschichte und noch mal hingeschrieben der komplexität und der startvoraussetzungen auf der rückseite ist jetzt die hauptaktion die werden wir dann auch im ganzen spiel benötigen ihr benötigt jetzt eure ganzen restlichen präsenzen die ihr habt zu eurem geist in dem fall unser fluss und unserem blitzschlag und platziert diese hier auf das tableau und zwar überall wo hier so ein kreis ist und zwar als gepunkteter rand nicht so ein durchgezogene linie diese sachen meistens hier auf der linken seite bleiben einfach frei und das werde ich jetzt direkt tun dann sieht das ganze jetzt so aus was diese einzelnen tableaus machen was die einzelnen bereiche sind wie sie angewendet werden das werden wir dann direkt im spiel dann kennenlernen dann gehe ich genau auf jeden einzelnen bereich noch ein was wir noch benötigen ist die starthand jeder unserer geister hat besondere fähigkeiten und dies erkennt ihr an vier startkarten mit dem entsprechenden symbol drauf die fähigkeiten karten sehen dann auf der rückseite so als sie sind für jeden geist in hinsichtlich der entsprechenden fähigkeiten unterschiedlich und diese vier karten legt ihr einfach zu euren charakter tableau damit könnt ihr am anfang starten das gleiche natürlich hier auch für unseren pfeil schnellen blitzschlag hinsichtlich der fähigkeiten kommen wir jetzt zum nächsten aufbau schritt da gibt es eine kleine differenzierung hinsichtlich des schwierigkeitsgrad wie ihr das spiel spielen wollt in spirit island werden eure geister mit entsprechenden fähigkeiten zu tun haben am anfang habt ihr ja wie gerade gesehen eure starthand eurer startfähigkeiten aber ihr könnt im spiel dann neue zusätzliche fähigkeiten für eure geister bekommen wenn ihr das haben wollt es gibt einmal die normalen schwachen fähigkeiten und die starken fähigkeiten jedes mal wenn ihr die möglichkeit habt fähigkeiten zu ziehen werdet ihr vier fähigkeiten aufdecken und könnt euch eine davon aussuchen das ist natürlich hinsichtlich für einsteiger natürlich eine sehr wahnsinnig starke komplexität und man weiß nicht genau wenn man das spiel noch nicht so genau kennt ob das gleich am anfang diese regel mit hinein zu nehmen eine glückliche variante ist ich werde sie auf alle fälle mit benutzen weil ich einfach liebe es fähigkeiten oder kartendecks zusammenzustellen und dahingehend werde ich auf alle fälle diese option spielen für diejenigen die das spiel noch gar nicht gespielt haben die das zum ersten mal ausprobieren eine kleine empfehlung es gibt zu jedem geist auch hier mit dem entsprechenden symbol des geistes eine art fähigkeiten guide in dem sinne wird diese regel mit diesen vier karten ziehen und eine davon ziehen ausgehebelt ihr zieht euch beziehungsweise sucht euch die entsprechenden fähigkeiten für euren geist aus dem stapel heraus und legt sie in eine reihenfolge und jedes mal wenn ihr eine fähigkeit zieht dann sucht ihr euch keine aus sondern nehmt entsprechend der liste die nächste fähigkeit so habt ihr eine gewisse struktur in eurem spiel und könnt das spielt erstmal überhaupt kennenlernen hinsichtlich der taktischen tiefe wenn ihr dann etwas routinierter seite dann diese fähigkeiten dann selber auswählen dann nicht natürlich vorauswählen je nachdem was hier auf dem geister tablett beziehungsweise auf der geister karte draufsteht aber wie gesagt ich werde diese hilfe option nicht wählen ich werde es wie die normalen spielregel für mich sind vier karten ausziehen und dann eine davon aussuchen um dann meinen geist damit zu stärken zu guter letzt platziert noch eure entsprechenden marke die ihr noch fürs spiel benötigt sortiert sie euch in diese einzelnen kleinen kästchen die hier im spiel mit dabei sind dann habt ihr schnellen zugriff drauf ob wir eine stadt ein dorf einen entdecker ein ödnis marke daheim und hier die energie benötigt des weiteren kommt das spiel noch mit solchen farbigen tokens wir brauchen ja blau und gelb auch die solltet ihr zu euren geistern mit dazu legen das sind einfach erinnerungsplättchen weil manche fähigkeiten werden etwas später erst ausgelöst nachdem sie gespielt worden sind und damit ihr dies nicht vergesst könnt ihr dann diese entsprechenden plättchen als erinnerung mit zur hilfe nehmen eine letzte spiel vorbereitung müssen wir noch tun und zwar wird es eine startaktion der invasoren geben das heißt sie fangen schon mal an zu entdecken bevor wir eigentlich am zug sind und dann wird einfach eine karte hier von diesen entdecker stapel genommen und dann gucken wir was für ein gebiet jetzt entdeckt wird wir haben hier die berge dann legen wir die karte hier daneben was das bedeutet warum die karten irgendwo hier liegen werden wir dann alles im blätow kennenlernen wir wissen jetzt auf alle fälle in den bergen wurde entdeckt und dieses entdecken bedeutet dass jetzt diese kleinen invasoren in die berge ziehen um dort die landschaft zu erkunden und gegebenenfalls dann später auch in diesen gebieten zu bauen und dann auch noch schaden zu machen aber das ist ja unsere aufgabe das ganze ist ein bisschen im zaum zu halten oder gar zu verhindern dann haben wir den spielaufbau jetzt komplett fertiggestellt eine kleine sache vielleicht die ganz wichtig noch ist und zwar gibt es hier so referenzkarten hier wird alles beschrieben wie eine runde abläuft die ganzen symboliken wir noch mal erklärt die ganzen begrifflichkeiten dies sind sehr sehr hilfreich dies sollte ihr auf alle fälle neben eurer geister tableau bereitlegen damit ihr immer darauf zugreifen könnt und nachschauen können was die einzelnen sachen tatsächlich bedeuten liebe freundin das war der spielaufbau zu spirit island ich hoffe ich konnte euch damit den ersten eindruck vermitteln wie das spiel aufgebaut wird was natürlich in tiefe kommt wie das ganze spiel funktioniert das werden wir natürlich dann das nächste mal eindringlich in tiefe behandeln und dann hoffe ich natürlich dass er mich auf dieser spirituellen reise über die insel begleitet so dass wir es schaffen werden unsere missionen die insel von den invasoren zu befreien auch schaffen werden sollte euch das video gefallen haben so lasst mir doch bitte den daumen nach oben da empfehlt mich bei euren freunden teilt das video bei instagram bei facebook whatsapp was auch immer euch da an plattformen zur verfügung stellen das würde mir auf alle fälle helfen und dann freue ich mich natürlich auf das nächste mal wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles gute habt spaß am spiel bis zum nächsten mal euer genu und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal